Wir sind zu Gast bei der Vermögensverwaltung Pakenius Mademann & Partner aus Hamburg in den Büroräumen. Und man ist stolz bei Pakenius, denn zufriedene Kunden sind Gold wert, das ist gar keine Frage. Vor allen Dingen auch beim Thema Beratung rund ums Geld. Und Sie haben bei einer Umfrage Spitzenwerte erzielt. Bei mir ist Heiko Löschen von Pakenius Mademann & Partner, er ist dort Geschäftsführer. Frage an Sie zunächst mal, was wurde denn besonders gut bewertet? Also wir haben uns sehr gefreut darüber, dass unsere Kunden uns ein so gutes Zeugnis ausgestellt haben. Also besonders gelobt wurde der persönliche Kontakt, die Kontakthäufigkeit, dass unsere Berater stets erreichbar sind, dass wir aber auch anrufen, wenn etwas ist, dass wir auch anrufen, wenn etwas nicht ist, um einfach den Kontakt zu halten, aber dass wir uns ganz individuell einstellen auf die Bedürfnisse unserer Mandanten. Und natürlich, letztendlich, daran werden wir gemessen, die Performance. Für Sie ist ein ganzheitlicher Betreuungsansatz besonders wichtig, haben Sie mir verraten. Was hat das damit auf sich? Na ja, ganzheitlich, es steht ja eigentlich überall draußen drauf, dass alle ganzheitlich beraten. Nur, es geht ja eigentlich nur dann, wenn man wirklich nah an den Menschen ist, nah an den Vermögensverhältnissen, nah an den Vermögensbedingungen in der jeweiligen Familie. Und erst dann kommt man wirklich nah an die Menschen und an die Kernprobleme ran, die die Menschen auch haben. Ob das dann wirklich die Finanzierungsstruktur ist bei Immobilien, ob das das Portfolio-Management ist, was unsere Kernkompetenz ist, aber ob es vielleicht die Altersvorsorge ist. Vielleicht auch generationenübergreifend mal auf die nächste Generation oder die darauffolgende Generation Vermögen zu übertragen. Letztendlich aber natürlich auch andere Anlagefelder, wie beispielsweise Oldtimer, Kunstinvestments, vielleicht sogar in Möbelantiquitäten und ähnliches. Da helfen wir, das machen wir nicht selbst. Das hat unser Netzwerk in petto sozusagen. Aber das gehört aus unserer Sicht alles dazu. Und bei dieser Beratung unterscheiden Sie auch in eine reale Rendite und eine emotionale Rendite. Wie meinen Sie das? Ja, also grundsätzlich ist es ja so, die Menschen kommen zu uns, die die Entscheidungen an uns abgeben, was das Vermögensmanagement angeht. Und die emotionale Rendite, die holen sich die Menschen ja in der Regel bei ihrer Passion, da wo sie Lust zu haben. Ob das der Job ist, ob das die Familie ist, ob das ein Hobby ist, ob das der Klang des Oldtimers ist oder der Lack, wenn man drüber streicht. Ob das die Betrachtung eines Kunstwerkes ist, das bezeichne ich als emotionale Rendite. Oder bei einer Kreuzfahrt vielleicht aufs Meer zu schauen abends und nochmal einen Schluck Sekt zu trinken. Reale Rendite, das machen wir. Das ist unsere Verantwortung. Das können wir, das beweisen wir seit vielen Jahren. Aber das ist unsere Verantwortung und ich glaube, da muss man unterscheiden. Herr Löschen, es ist nichts so gut, als dass es nicht noch besser werden könnte. Und selbst wenn Sie gute Bewertungsnoten bekommen haben, gibt es sicherlich auch noch Ansporn genug für Sie, auch besser zu werden. Wo sehen Sie Potenzial? Also erstmal waren wir total überrascht, dass wir schon so ein gutes Zeugnis haben. Und der größte Ansporn für uns ist, das zu halten. Weil das alleine in diesem schwierigen Marktumfeld, was wir haben, ist eigentlich die größte Herausforderung. Hinzu kommt, dass wir konservativ ja eigentlich keine großen Renditen mehr haben. Und wir müssen uns für unsere Kunden auf die Zukunft einstellen. Das bedeutet risikolos oder risikoarm die Gelder anzulegen. Aber das unseren Kunden noch zu vermitteln, warum wir es machen und wie wir es machen. Und dazu gehört natürlich auch weiterhin ein regelmäßiger persönlicher Kontakt. Und ich glaube, die Themen des demografischen Wandels, die weitere Altersversorgung, die wir für unsere Kunden einfach darstellen müssen, bei den eigentlich schmalen Renditen, das ist die größte Herausforderung. Und da sind wir schon gut, wollen wir aber noch besser werden. Ihnen ganz viel Erfolg dabei. Das war Heiko Löschen, Geschäftsführer von Pakenius, Mademann & Martner in Hamburg. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, Herr Fall.